was geht ab leute endlich ist der putsch draußen das wird ein ganz kurzes video umgeschnitten einfach nur um schnell zu gucken um euch zu zeigen noch nicht zu hause sind gerade nicht spielen können einlösen würde ich sagen doch in den annehmen stimme von insel ach so das stimmpaket so das hat man schon alles klar und das hier noch ganz kurz nicht schlecht und jetzt das worauf viele 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 putschspieler gewartet haben das ist genauso wie beim invoker so wie wir auch erwartet haben der z fällt alles und man hat keine anderen items aussuchen alles klar die eigens wurden auch jetzt mal gucken wie das jetzt im spiel aussieht da bin ich gespannt ob sich da irgendwie drastisch was geändert hat das wird bestimmt so ein kleiner putsch sein ganz kleiner ok die stimme verändert icon wurde verändert was ist das denn über diesen kleinen spielzeugen wo man hier so hinten so die schnur zieht und dann musik kann das sind schafe und rott anmachen nachher hat man schaffe alles klar ok das ist das was wir uns noch anschauen wollen aha ok wenn die löchst erschienen wird noch musik abgespielt ok ich mache das mal ganz kurz lauter hier die effekte spielaufstärke gesamtaufstärke damit dass das auch hört wie man sagt untuk 3 alsoami und jetzt die der den den ränden ganz cool also ich finde es nicht schlecht schon wird sich irgendwie so freizauern der andere ist auch ganz cool geworden alles klar das war ein ganz großes video zur vorstellung mal gucken okay beim link hat sich nichts verändert na dann leute ich hoffe ihr hattet spaß bei dem ganz kurzen video wünsche ich viel spaß mit einem patch und wir warten jetzt alle sehnsüchtig auf die windranger würde ich sagen ich wünsche euch einen schönen tag schönen abend oder guten morgen an die frühaufstelle da draußen haut rein bis zum nächsten mal bis bald Amen.